Zack und dann geht er runter auf Kürbiskernbarsch hier am Donetz. Hier jetzt mal ein kleines Exemplar, aber es waren auch schon die ersten großen da. Und ich teste jetzt hier eine Stelle, die wir gerade schon im Livestream probiert haben und hier schon schön rausgezogen haben, also ein kleines Wettangeln veranstaltet haben. Und es hat hier tatsächlich ganz gut funktioniert. Zwischen, ja, noch nicht ganz Trophy, aber schon weit über 400 Gramm an Gewicht. Kürbiskernbarsche sind hier schon reingegangen und ich hoffe, dass jetzt irgendwann noch die Trophy reinrasselt. Also schnell wieder ausgeworfen, zack, gar nicht so ganz weit, so ungefähr vielleicht bis hier. Und dann dieses kleine Stückchen, diese kleine freie Stelle hier einfach die ganze Zeit durchtreiben lassen und sofort wieder einholen und auswerfen. Wir haben hier nur diese ganz kleine Area, diesen kleinen Bereich, wo es hier, ja, eigentlich reicht, dass wir da den Köder präsentieren. Vielleicht gibt es auch eine Möglichkeit, das hier vielleicht auf Grund nochmal auszulegen. Oder vielleicht habt ihr ja Bock, das Ganze hier mit Vekirig zu testen. Das ist dann auch durchaus eine Möglichkeit. Ich teste hier gerade mit Pose und zwar mit der Matchmontage hier mit dem Mistwurm und mit dem Blutegel in der Kombination. Und das hat bisher auch schon richtig gut funktioniert. Ah, wieder nicht gehackt. Und richtig gute Brocken bisher geliefert. Also da könnte noch einiges gehen. Die dicksten Brocken bisher hier auf dieser Kombination. Und direkt wieder raus. Aber auf Vekirig habe ich das Ganze hier erstmal entdeckt, dass das auch funktioniert. Von daher eben auch durchaus eine Möglichkeit, dass das Ganze eben hier auch auf Vekirig klappt. Und das Ganze einfach mit lockerem durchziehen. Und gerade dieser Bereich, wo jetzt hier die Routenspitze ist, also hier diese Area. Oder wenn wir hier so ein bisschen stehen, genau hier zwischen den Schatten der Bäume sozusagen. Das ist eigentlich immer so der Hotspot gewesen. Man muss gar nicht so ganz weit eben raus. Ich werfe meist da vorne so ungefähr hin. In dem Bereich. Und dann treibt es gar nicht so lange. Und dann kam schon der Einschlag. Also durchaus, wie gesagt, eine Möglichkeit hier auch mit Vekirig das zu testen. Oder wenn ihr halt mit der Matchmontage noch nicht so weit seid, einfach mit der Bollo oder mit der Stippe. Auch überhaupt kein Problem. Denn die Fische werden ja nicht so groß. Und auch die Kandidaten, die bisher hier alle reingegangen sind, waren bisher tatsächlich noch gar nicht so riesig groß. Also durchaus eben die Möglichkeit, dass man das eben auch hier mit kleineren Posen-Setup machen kann. Ich denke mal so 3 bis 5 Kilo Setup sollte reichen. Wir gucken mal kurz rein. Ich bin jetzt selber hier gerade mit 5,5 Kilo. Vielleicht gehe ich auch gleich einfach nochmal ein bisschen leichter und feiner rein. Durchaus eine Option. Sechserhaken hier. Mistwurm und Blutegel. Was denn jetzt davon für euch besser funktioniert, das würde ich einfach mal testen. Ich vermute, dass der Blutegel vielleicht da doch die besseren Brocken liefert, wenn ihr nur eins von beiden hinkriegt. So, jetzt muss ich aber mal ein bisschen was ändern. Jetzt wird es hier gerade ein bisschen fuchsig. Ich habe hier bestimmt schon 5, 6 Mal den Anschlag vermasselt. Da stimmt gerade was nicht. Ich gehe jetzt mal rein hier auf Mikro Braid. Wir gehen mal super leicht rein. Und zwar, warte mal, ich glaube ich nehme mal die 3, ich will jetzt hier mal einen direkteren Kontakt haben, ohne Dehnung und solche Sachen. Und wir probieren das Ganze aus. Bremse locker einstellen. 3, irgendwas an Kilo. Ganz anderes Setup. Ich hoffe, dass das trotz allem so funktioniert. Ganz andere Schnur. Gerade von Flurocarbon jetzt weg auf super dünne Schnur. Gefluchten. Ich vermute, dass das auch funktionieren wird. Weil gerade die Barsche eben, so als Jäger, ich glaube nicht, dass die da großartig sind. Und da geht er rein. Dass die da großartig drauf achten, ob das jetzt eine transparente Schnur ist oder nicht. Die sind eher aggro. Guck mal da. 180, 188 Gramm. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Aber wir machen weiter. Und wenn wir jetzt da jetzt mehrfach der direkte Kontakt, also Flurocarbon-Schnur, Monoschnur, das ist ja immer diese Biegung oder man hat so einen Gummi-Effekt. Und wenn das Haken da nicht so richtig zack und direkt funktioniert, schnell genug, dann muss man eben auf die Braid wechseln. Und vielleicht mit einem Vorfach, Flurocarbon-Vorfach wäre halt eine Möglichkeit, wenn euch das alles hier ein bisschen zu dünn ist. Oder wenn ihr hier vielleicht zu viele Döbel habt. Je nach Wetter oder je nach Köder kann es ja auch durchaus sein, dass ihr dann hier ganz viele Döbel als Beifang habt. Dann natürlich lieber nochmal das Setup so wechseln, dass man vielleicht eine geflochtene Schnur nimmt. Wenn man zum Beispiel jetzt eine Bolognese-Schnellrute hat, geflochtene Schnur, dann einen Flurocarbon-Vorfach oder sowas in der Art, dass man da vielleicht noch ein bisschen dicker unterwegs ist. Und ja, dass man da eben trotz allem halt einen direkten Kontakt hat zum Haken und trotzdem nicht gehakt. Oder ich hake zu schnell. Vielleicht muss ich auch einfach ein bisschen entspannter da reingehen und den länger runterziehen lassen. Auch eine Möglichkeit. Na, vorhin ging das so easy und jetzt auf einmal am heutigen Tag machen die so viel Theater. Ich habe gerade eben in den Morgenstunden schon ein bisschen rumprobiert. Da waren auch so, jetzt, wieder nicht. Alter, jetzt werde ich aber fuchsig. Das war doch vorhin nicht. Was ist denn jetzt passiert? Der zwingt mich jetzt gleich hier, mich mit der Stippe hinzustellen. Katastrophe. Katastrophe. So viele, gerade in den Morgenstunden waren gerade so viele Bisse, die auch richtig aggressiv runtergeschossen sind. Und jetzt beißen sie bald nicht mehr. Wir haben ja schon Mittagszeit gleich. Also, das ist natürlich ein Ding. Da bleiben gleich eigentlich nur noch die Abendstunden, um hier weiter die Kürbisse zu ziehen. So viel Theater war vorhin nicht. Und ich hatte eigentlich gerade das Setup genauso wie vorhin im Stream. Einfach mit Fluorocarbon komplett. Nutze ich eigentlich ganz gerne hier auf den Matchrouten. So, jetzt lassen wir ihm mal ein bisschen mehr Zeit. Wenn denn ein Biss kommt noch. runterziehen, bisschen unten lassen und dann erst den Anschlag. Ist vielleicht auch nicht wirklich viel Zeit. Also, das ist jetzt keine drei Sekunden oder sowas, die man dann abwartet. Sondern vielleicht einfach eine halbe Sekunde länger. Und ein bisschen mehr Zeit lassen. Na, komm. Und nochmal raus hier. So. Da vorne nochmal rein in den Schatten. Bügel ist offen. Alles so wie es soll. Nicht so viel Schnur auf der Oberfläche. Auch das wichtig. Gerade fürs Bologneseangeln. Lieber die Route ein bisschen höher halten. Dass man gerade bei der Bollo auch einen etwas leichteren Anschlag hinkriegt. Bei der Match ist der Anschlag an für sich super easy. Das ist doch eben was anderes, oder? Was geht denn da jetzt? Na, guck mal. Oder sehe ich ihn? Das hat auch ganz anders gezubbelt. Ich schmeiß nochmal direkt da vorne an den Spot. Und. Gib ihm. Ne. Ja, jetzt haben wir gleich, wie gesagt, die Mittagszeit. Jetzt ist ein bisschen Flaude. Ich probiere nochmal ein bisschen rum. Und dann gucken wir gleich auch nochmal rein. Wie und wo vor allem. Wo der Spot ist. Wie das Setup genau aufgebaut ist. Und solche Geschichten. Gucken wir uns gleich im Detail nochmal an. Ja, so unterschiedlich können die Tage verlaufen. Mit unterschiedlichen Temperaturen. Und unterschiedlichem Wetter. Also jetzt gerade scheint es sogar ganz gut wieder auf Vekirik zu gehen. Mehrere, die ein bisschen größer sind. Jetzt gerade gehen auch. Oder der letzte war jetzt hier dann wieder auf der Pose. Ganz, ganz unterschiedlich. Und die gesamte Mittagszeit über war jetzt tatsächlich eher ein bisschen Flaute. Also, wieder hier beides testen. Was geht besser rein. Auf Vekirik gucken wir uns gleich mal auch den Küder an. Und die Hakengröße. Und wir gucken uns gleich natürlich auch nochmal das Setup hier an. Was ich gerade auf der Pose verwende. Aber es scheint beides zu funktionieren. Und zusätzlich scheinen wohl auch noch Spinner zu funktionieren. Und dann geht der nächste hier. Aber nur ein kleiner mit 85. Aber immerhin. Also, das lassen wir mal eben ausgeworfen. Und das Setup hier ziehen wir gerade mal eben rein. Also, gut zusammengebaut. Durchaus, wie gesagt, hier eine Möglichkeit mit 3,5 Kilo. Reicht komplett. Fluorocarbon oder eben Braid mit Vorfach. Kann man beides ganz gut verwenden. Sechserhaken hat ganz gut funktioniert. Gerade eben auch mit den großen Brocken. Und im Idealfall, wenn ihr schon könnt, Doppelküder. Ansonsten würde ich sagen, geht der Blutegel besser. Aber natürlich beides auf jeden Fall testen. Je nach Vorliebe. Was ich auch getestet habe, sind verschiedene Tiefen. Also einmal so ungefähr 60 cm. Einmal bis 80 cm. Hat beides ganz gut funktioniert. Ich denke auch, das ist eher noch ein bisschen urzeitabhängig. Da einfach auch ein bisschen probieren. Durchaus, aber auch, dass es irgendwie temperaturabhängig ist. Wir haben es jetzt gerade relativ warm. Kann auch sein, dass die da dann eher ein bisschen weiter an der Oberfläche rumschwimmen. Das muss man auf jeden Fall testen, was besser funktioniert. Nach 3, 4 Würfen, wo nichts geht, dann auf jeden Fall nochmal die Tiefe wieder ändern. Und gucken, ob man da dann nicht an einer anderen Höhe, also Kühlerpräsentationshöhe, vielleicht dann ergiebiger ist. Machen wir mal jetzt gerade hier auf 60 cm. Auch nochmal locker aus. Bügel wieder auf, dass es schön durchtreiben kann. Und in der Zwischenzeit dann hier weiter mit Vekirik. Vekirik, ja, auch mit einem 6er Haken. Das Ganze jetzt hier natürlich gerade mit Ultra Light. Also ganz, ganz feines Angeln gerade nur. Gucken wir uns gleich eben nochmal an. Einmal nochmal so halb durchziehen. Na, ist was an der Pose. Ja, aber wahrscheinlich kein, ja, das war kein Kürbis. Die ziehen halt straight up nach unten. Viele Sichlinge hier, hatte ich vorhin auch nicht einen. Ganz, ganz strange. Komplett andere, komplett andere Fische dabei. Karausche dabei, Sichlinge dabei, Güster dabei. Waren vorhin im Turnier gar nicht dabei. Ganz, ganz wild. Aber so kann das halt gehen. Na, Donauhering, ja. Das kann natürlich auch passieren mit dem Vekirik. So sieht das Setup aus. Hier gerade schön mit der Vexila Ultra Light unterwegs. Also mit Plus auf die ganzen Gummifisch-Montagen, wie zum Beispiel Vekirik. Und ich habe hier gerade nochmal schön auf den schwarzen Wurm gewechselt. Es sollen aber auch, und es stehen in Rekorden, die ganz normalen Einser, also die Basics. Gucken wir gerade nochmal eben rein. Da sind sie. Nasty Wurm 2,501 ist glaube ich drin oder 02. Und also das funktioniert immer wieder. Ich glaube, der Grau ist auch immer mal wieder drin. Aber ich wollte was haben, was auch so ein bisschen eher wie der Blutegel aussieht. Und da kommt doch hier der Vekirik, der Stinky Stick, kommt dem doch glaube ich ganz nah. Also direkt wieder auswerfen. Eingucken. Ja, da hat einer schon gehakt und ist ein bisschen abgehauen. Auf der Pose nehmen wir natürlich auch gerne mit. Ja, natürlich mit Dual hier. Sehr, sehr schwierig jetzt das Ganze. Ich würde mich auf eins konzentrieren. Aber im Moment, wie gesagt, war Vekirik. Oder Pose gerade nicht so nice. Gerade in der Mittagszeit. Und dann mit den ganzen Fehlbissen. Da ist es dann natürlich doch ein bisschen nervig. Und dann schon wieder. Schon wieder. Ich habe keine Ahnung, was das gerade ist. Vorhin hat das super funktioniert. Ich bleibe jetzt hier auf Vekirik. Ziehe noch ein bisschen weiter durch. Teste doch auch mal, ob hier was geht. Andere Möglichkeiten muss ich auch noch testen. Andere Koordinaten sind die 70158. Haben wohl auch funktioniert. 70158 muss hier oben irgendwo sein in der Area neben dem Camp. Und in dem Bereich sollen wohl auch die Kürbisse gehen. Da wurde sogar im Turnier ein Kürbiskern gefangen. Mit 3 Gramm unter Trophy-Gewicht. Und ja, hier an der Stelle hatte ich 433 Gramm. Also sie sind da, die Kürbisse. Und sie sind auch in guten Größen da. Und gerade in diesen guten Größen bringen die natürlich auch richtig gut Cash rein. Ich werde es hier nochmal schön durchziehen. Und hoffen, dass was reinballert. Toi, toi, toi. Teste doch auch mal. Wenn du einen guten Köder gefunden hast, eine gute Köderkombi, auch gerne unten in die Kommentare reinschreiben, was bei dir am besten funktioniert hat. Und dann probieren wir hier weiter. Und vor allem auch immer dazuschreiben, das ist halt auch wichtig, wie ist so das Wetter gewesen, wie sind die Temperaturen, damit man da auch anglei- oder ansatzweise ähnliche Voraussetzungen wieder rauskriegt, vorfinden kann, wenn man das dann probiert. Ihr Lümmels, haut da rein. Ich hoffe, es hat geholfen. Ich hoffe, es hat was gebracht. Testet, probiert. Und ich hoffe, ihr zieht dann eure Trophy hier raus, den doch echt ein bisschen schwierig zu fangenden Kürbiskernbarsch. Wenn es dir geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren, hilf mir. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream. Ja, zurzeit ja jeden Tag live, außer Samstags, ab 19 Uhr, immer auf YouTube und auf Twitch. Bis dahin, Petri. 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 Bis zum nächsten Mal.